Wir sind jetzt hier in Leibniz bei einem großen Kostümverleih und versuchen da einige Kostüme für unsere Filmszenen zu finden, aber ich bin überzeugt, wir finden doch einiges. Es ist eine riesige Auswahl hier und es muss etwas sein von 1871 bis eigentlich 1929. Wir müssen jetzt mal schauen, was sie da aufhören. Wir müssen jetzt hier in Leibniz bei einem Kostümverleih und Kostümverleih und Kostümverleih und Kostümverleih und Kostümverleih. Musik 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 So, wunderbar. Wir haben die passende Kleidung für unseren Dreh gefunden. Wir freuen uns schon auf die Ausstellung 1871 und Sie können gespannt sein. Wir haben wunderbare Kostüme hier in Leibniz gefunden, Berücken, Hüte, Accessoires. Es wird ein spannender Dreh. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020